es wäre besser es würde ein perk geben dass du schneller nachlädst anstatt schneller schießen wahrscheinlich dann viel zu viel zu mächtig auf dem dach oben der mutter hat sich ausgemotiert mit der borne haben kann ich aber auch ganz gut schießen das gefällt mir das coole ist ja dass ich dann die anderen sogar noch schön freischalten kann ich bin mal kurz ab und sag mal wem hallo wir haben auch klar gemacht wir müssen aufpassen die könnten hunde sein oder ja meine mutter ist hier die ist aber weg auch gut gut ist man dann macht da hinten da ist auch schon was so ziemlich gut blau der mit dem wolf tanzt komme weg ist nun die jonas nö hier wieder so ich rasiere mich nicht ich komme später achte jetzt auch munition drin ich könnte auch heilung gebrauchen heilung ist hier ich mach mal was hier so ich habe mich fett geheilt hier ist auch eine kleine munition falls du brauchst das habe ich voll dank hier oben im turm oh sehr gut rein bestimmt hier gibt es auch munition alter wie sie sich treppe runter rutschen ja so haben wir gelöst prima kann man hier runterspringen nein lieber nicht bisschen hoch ne ja aber ich versuche auch mal so abkürzungen zu finden oh gott das hat mir wehgetan naja gut was macht man nicht alles für eine schöne abkürzung ja ich guck mal kurz hier rein ob es hier was schönes gibt hm ne gibt es nix schönes ich nehme mal den nächsten hier ist auch nix so wegrasiert oh da sind hunde hinter uns ist nur ein zombie ja alles klar oh scheiße ich kann nicht tun ich bin das gar nicht mehr gewohnt diese pistole schießt auch so langsam ja das ist echt ich habe immer das gefühl immer wenn ich nachlade kommen die angelaufen jetzt gibt es erstmal eine spritze das tat gut gott hier ist alles voller mutis aber die waffe schießt auch nicht manchmal scheiße ja egal ich komme dir hinterher ich würde gerne mal interessieren was das säubern bringt der waffen ob die denn besser schießt oder ob die einfach nur besser aussieht das muss man mal nachlesen hm das kostet ja manchmal auch nur 2 dollar oder so ne ich glaube das kostet ja diese blutmarken ach ja blutmarken waren das genau 2 2 blutmarken ok hier ist er drin unser freund hier ist noch mal munition hier ist auch noch mal verbandkasten falls du brauchst ich kann nämlich hier ist noch mal munition hattest du die schon angefasst ne habe ich noch nicht ok dann waren hier schon leute ne weil die war also schon offen das kann auch sein dass er schon bekämpft wird drinnen das nenne ich mal abenteuer ja er wird bekämpft oh also müssen hier leute drin sein ne wahrscheinlich ach du bist da rein ok ich habe ihnen schon ein paar verpasst ich suche auch mal rein zu kommen ich bin auch drin ich habe immer angezündet ja uns natürlich auch es auch ja das macht nichts war hier liegt da einer die loote ich mal ja das ist aber auch ein ekliger typ äh das habe ich die ganze zeit diese scheiße um gehabt hier was diese ganzen käfer da ich muss noch mal eine spritze setzen und sagt ich geschieße ihn geradeaus so und auf einmal doch da links von mir wieder auf das kann baut ich mal aus ich bin gerade so schön mit nachladen ja das ist ein mist sagt ja klonisch sehr gut kommen auf mich zu ja das ist dann untergang jetzt habe ich dich cool du hast ihn sogar noch gemessen hatte er das nenne ich mal leistung ich werde ihn mal verbannen schön meuchler wird verbannen mhm ach dann kann ich den hier hinten mal looten genau ja ich muss sagen alleine gegen den meuchler ist aber auch eine harte nummer ja das finde ich ja den zu zweit schon sehr anstrengend ich habe mal raus geschossen hier ist eine munition falls du brauchst ne ja 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 nemm wieder so ein ding okay das gute ist wenn sie unten rein kommen müssen auf jeden fall das rad drehen damit sie reinkommen ansonsten glaube ich die können auch durch doch da gibt es noch ein tor unten okay da gibt es so eins mit drehrad eine stimmt hier ist noch eine tür so eine schiebetür ich bin da durchs fenster reingekommen und dann war direkt neben mir die schiebetür aber die schiebetür musste ja auch wieder drehen also es ist laut irgendwie ach so ne du mal so eine doppelseitige noch genau wie sieht es von der verbannung aus 58 prozent das geht geht voran wo wir raus müssen und ein na gut diesmal nicht soweit draußen zombie ah ich sehe wem ja wo mal gucken ob ich das ob ich das hinkriege scheiße jetzt hat die sich aus der sicht raus geschlichen ich könnte kotzen warte mal versuchst mein fenster ja die muss hier irgendwie unten rumschleichen kommt mir schon mal dass eine frau mit hut ich habe mir das fast angeschossen ich glaube ich habe sie gerade gesehen ist so gerade hier am fenster vorbei gelaufen softy kommt hier oben glaube ich irgendwo rein ich habe mich mal hier in die ecke oh ja sie ist hier unter uns holt ihr das ding mal dann können wir beide gucken wo sie hin ist die ist hier guckte auch durchs fenster manchmal ja ist auch schon bei mir alles schon nicht gar nicht so doof da ist sie ja pass auf ich gucke ob ich sie kriege wenn sich jetzt bewegt kommt schon kommt schon bewegt sich da raus so hinter ist sie irgendwie ich weiß doch mal eine menge hin auf dem dach tot alles klar siehst du hat es hat sie stimmt das ist hier aber nicht da ist noch eine ok das da muss eine frau sagen mit so einem blauen hut oder so nur noch eine sicht hier warte mal ich kann dir aber ich habe noch die sicht aber ich sehe keine sicht ist auch verbraucht ich gehe mal kurz raus und gucke ob hier was passiert ich gebe dir mal feuerschutz ja ich sehe seine waffen leider nicht sind bestimmt durchgefallen hier läuft hatte du bist das alles klar ja aber die frau müsste ja noch da sein und wo wir müssen eigentlich hier lang wollen wir abhauen ja lass uns abhauen ist mir jetzt auch zu risikoreich so schön die trophäen eingesammelt ne ja also vor uns sehe ich niemanden du scheiße wir laufen voll in die falsche richtung da lang das sind aber die besten richtung hast du das jeder hat wer auf mich geschossen aber nicht getroffen schnitt am hügel hier da unten ist außer außer scheune ich gucke mal ob ich sie markieren kann ohne dass du mich trifft ich habe sie schon gesehen okay da so drin genau wird aber ich komme jetzt ist da raus und so wird irgendwo anders lang gehen vielleicht kann man weiterlaufen jetzt hat sie mich getroffen auch so haben wir haben die größere Lunge ei 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 das war aber knapp ich glaube wir kommen da nicht drum herum uns den verkampf zu stellen das denkt auch aber vielleicht können wir noch mal gucken ob wir eine gute position finden und je näher wir vielleicht kann man es auch am wagen austragen ich hatte auch echt eine gute sicht auf die habe sie leider verfehlt so warte mal ich habe hier mein fernglas ja fernglas ist echt gut aber ich sehe sie nicht das problem falls sie sieht uns jetzt immer glitzern ja auch wie mit engels haar beträufelt muss mir meine spritze noch mal setzen ich habe gar keine ok verband kasten aber ok ich komme mal in deine richtung ich glaube das ist auch clever zuerst mal abhauen genau und wenn sie dann unten zum wagen kommt oder so es kann ja auch sein dass sie in die andere richtung gelaufen ist aber hörst du da gibt schon einer signale ich habe ihn gesehen der ist im fahrzeug drinnen quatsch in diesem komischen ruingebäude ok da ja nee da ist so eine richtige ruine also so ein richtiges gebäude so ziemlich nah an dem boot links da in der ruine da war der drin so ein kleiner camper ja ja nachgeladen habe ich zu leise musst du nicht sein die sehen dich von sonst wo ich sehe sie die rothaarige die frau mit dem roten dings und dem hut scheiße sie werden ungefähr sagen wo sie war ja die waren schon stein direkt wo du geguckt hast der schon stein von diesem boot ok also wenn du da weiter guckst dann siehst du sie aber du weißt wie weit jetzt zu dir nachkommen da ist klar das war der der mich gebäude oder ist noch ein ast gesehen scheiße na ja war schön ja 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 Vielen Dank.